So, da sind wir wieder zurück. Und ja, die Hexen, die wollten uns gerade ein bisschen ärgern. Aber zum Glück töten die uns nie bis zum Schluss. Jetzt haben wir hier noch einen Zombie, den killen wir noch weg. Der nervt noch ein bisschen. So. Zwei Hexen, ja. Fast schon schlimmer wie Creeper. Aber nur fast. Creeper. Machen wir ja auch nicht kaputt. Nein. Puh. So. Wenn ich was kaputt machen will, dann nehme ich Schwarzpulver von dir und mach das selber. Ja, wir brauchen noch 8, 12, 12 Spinnenweben brauchen wir, also Fäden und haben tun wir 5. So. Ich würde sagen, es regnet. wenn das. Tui. Wenn ich nach oben gucke, es regnet es nie. Nein, nicht viel. So. Jetzt überlegen wir uns mal, wo bauen wir uns ein Lagerhaus. Bauen wir uns das da hin? Oder bauen wir uns das doch nach oben? Ich hätte hier eigentlich lieber ein Haus. Schönes Haus hier so, auf die Fläche. Wo wir dann hier runter zu, es noch eine Terrasse bauen könnten. Das gefällt mir eigentlich. Das heißt also, ich würde das ein bisschen schmal dort für ein Lagerhaus. Ich würde fast sagen, dass wir da ein Lagerhaus hinbauen. Hier so. Aber da müssen wir jetzt die Hütte abreißen. Hm. Das ist ihm gefällt mir, das ist ja so gut mit dem Wasser. Hm. Dann können wir auch noch was schöneres bauen. Das ist ja auch nicht das Problem. Hm. Gut. Ich würde sagen, das Problem ist, die Kiste müssen wir erstmal dann schweben lassen. Ich weiß, jetzt haben wir ja alles draußen rumfliegen. Und ich weiß, ehrlich gesagt, noch überhaupt nie, wie ich das Lagerhaus bauen soll. Es wird zwar recht simpel ausfallen, aber wir gucken mal. Vor allem, was man mit dem, ob man klar was mit dem Granit machen können. Aber davon haben wir ja ziemlich wenig. Hm. Auf jeden Fall muss diese Bruchbude erstmal wieder weg. Dieses Notunterschlupf. Diese Regeln könnt ihr ruhig mal wieder auffüllen. Der ist ja so überflüssig. Das noch weg. Und das noch weg. Und jetzt begradigen wir das hier noch so. Würde ich sagen. Das nächste, was mir einfällt, mit Glas wird öffnen. Das ist schwierig. Wir haben jetzt zwar Sand. Ich muss gleich mal komplett mit abbauen. Aber die das Geräusch vom Sand verhindert, wenn man dann aufbaut. Das klingt ja schrecklich. Das ist ja nicht schön. Klingt ja wie jetzt würde man irgendwo Dampf ablassen. Komm nicht. Gut. Betreiben wir mal ein bisschen Terraform. Terraform. Den Sand. Den nehmen wir jetzt einfach mal mit. Wenn wir eh gerade hier haben, dann tun wir das. Man kann ja nie wissen. Und das ist bestimmt genau. Ziegel. Unter Wasser abbauen macht echt verdammt. Gar kein Spaß. Optimal wäre es eigentlich, wenn man hier ist alles. Die bauen wir mal ein bisschen zu. Das machen wir hier auch, weil überflüssig. So. Da. Das. Jetzt halt auch mal auf, mich hier wegzutreiben. Mh. Das nehmen wir noch mit. Da können wir nämlich hier schon mal zubauen. Da lässt sich das andere dann. Ja, schön. Jetzt haben wir keine Ahnung mehr. Da wir hier eh zu bauen wollen. Super schlau. Supergeil. Nein, Quatsch. So, haben wir eine Kiste nach Erde. Ja, 24. Ja, 24. Das reicht, äh. Irgendwie nicht. Ich sage, ich baue da erst mal das, 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 das. Ich baue jetzt erst mal den Sand ab. Das ist ja. Mit dem Sand, äh, den, die, die Erde vielleicht und. Ach nee, echt jetzt. Äh. So, gib mir den Sand. Vielleicht brauchen wir, ja, nie, nur vielleicht wir brauchen den. Ja, ähm, schauen wir mal, das haben wir. Jetzt haben wir wieder keine Crafting-Cooks. Es ist ein Proc Bench. Das und das, 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 das. So, dieser Regen, der ist ja so, ich hasse es. Das kann ruhig mal wieder so ein bisschen aufführen, so. So, jetzt gehen wir hier mal. Ich will mal kurz den Sand abformen. Jepa. Und jepa. Hüp. So. Nehmen wir natürlich mit. So, ich dürfte jetzt, ja, soviel dazu. Ähm. Nur noch Sand rumfliegen. Ich hab nämlich keine Ahnung, wo er in der Nähe Sand dann ist. Deswegen dachte ich mir, nehm ich mir den einfach erst mal mit. Und natürlich diesen, komm ich grad nicht mal auf den Stein, dass ich immer ein Ziegel machen kann. Äh. So, der liegt nämlich noch hier hinten. Ich hab schon mal auf den Sand verstreut. Ähm. Ähm. So. Da. Da. Hier überall. Oh. Ne, da nicht mehr. Okay, wenn wir das so machen und so machen, so machen und so machen. Kann man das mittlerweile mit irgendwas anderem, das. So, jetzt haben wir das. Jetzt kann man das ja gemütlich abbauen. Ach. Mit der Schaufel, alles klar. So, wir haben schon wieder Nacht. Es ist unglaublich. Und das muss man jetzt hier irgendwie. Reicht natürlich wieder nicht. Okay. Ich bin sowieso im Überlegen, ob man das noch eins runter setzen. Das heißt, wir würden, da ist die Fläche nämlich noch ein bisschen größer, wir würden hier einfach mal ein bisschen, so, das abtrennen. So. So, 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 so. Ich, oh. Oh. Ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht. Geh weg. Lass ganz. Lass ganz. Oh Gott, Skelett. Hoch noch. Oh, oh, oh. Die Explosion an sich juckt mich ja nicht immer. Aber, dass das Ding dann alles kaputt macht. Gib mir den. Herdblock. Gib mir. Ich darf nie. Jetzt kommt der mir auch noch her, Leute. So, okay. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt, weil wir sind voll. So, dann sind wir erst mal was rein. So. Das war das Falsche. Oh, jetzt steht da vorne auch noch eins. Kuckuck. Kuckuck. Oh, blöd, Mann. Oh, Leute. Ist doch mal. Ich muss auf den Keks gehen. So, die Knochen hätte ich gerne noch. Äh, jetzt haben wir wieder Kind. Schrecklich. So. Können wir das erstmal zu bauen? Haben die Reichweite geändert oder was ist los? Also, ich muss das mal. Oh. schon wieder alle ja wir wollen dass er sich hole ich mir dich wohl ich mir längste war sonst ja schon mal zwei und drei brauchen also ihr wisst schon wir haben jetzt nie wir haben ja so jetzt haben wir sechs und zwölf brauchen also doppelt soviel ja auch endlich nachts pennen gehen so haben wir das zu und schaue wir auch um einmal haben wir dann noch was eins haben wir noch ein bisschen oder so viele skelette nicht verarschen schaufeln gehen sowieso am meisten kaputt am schnellsten den dreck noch weg und hoffen dass wir dann irgendwie noch ein paar spinnen finden so wird stein und den boden getauschen natürlich noch durch erde aus der vollstimmigkeitsheilung jetzt haben wir keinen platz mehr super ich brauche unbedingt ein lager so da können wir dann in der nächsten folge loslegen die ein lagerhaus ein lagerhaus wie muss bauen ich bin selber noch nie ganz sicher schon wieder keinen platz mehr ähm passt irgendwas hier rein alles voll alles voll so was meckert hier schon wieder alles gut ich verstehe ähm musst du mir auf den keks gehen jetzt haben wir genug fläche blöd man so das wechseln wir aus kurzerhand ich höre es doch schon wieder blöd das klet das 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 so da haben wir hier eine riesige fläche für ein ordentliches schönes lagerhaus würde ich sagen das gefällt mir den aufgang dann zu diesem lagerhaus beziehungsweise allgemein hier hochzus machen wir dann drüben ähm ja und somit verabschiede ich mich jetzt erstmal für diese folge und in der nächsten folge wie gesagt äh bauen wir dann fangen wir dann an mit lagerhaus bauen und ja versuchen noch Pätschen zu kriegen und 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 gibt dann noch so viele Sachen die wir machen können und natürlich Zombies kill also wunderbar da bleiben wir jetzt einfach mal auf der Wirkbench stehen und dann verabschiede ich mich erstmal und sagt Tschüss mit du du w w w w w w w w